Willkommen zurück zu L.A. Noire, wo wir in der letzten Folge uns mal hier umgeschaut haben bei Frau Rodriguez zu Hause oder bei Familie Rodriguez. Hier der Kessel pfeift und sie hat komischerweise zwei Essen dastehen, obwohl sie alleine da ist. Oder sie hat einfach nicht aufgeräumt. Hmm, befragen wir sie einfach mal. Aber Gabriel ist nicht hier. Ich habe nichts falsch gemacht. Motiv für Autodiebstahl. Warum hat er das Auto verholt, Anna? Der Kessel hat ihn verholt. Er hat seine Honour, nicht? Das wird zweifelig. Was? Gabriel hat schon in Ordnung gehabt. Er hat dich hier alleine, um ihn zu antworten. Und du wirst mich glauben, dass sein Motiv war Honour? Please don't yell at me. I've done nothing wrong. Scheiße. Tell us the truth, Anna. Has Gabriel been here? I haven't seen him for at least three nights. Das stimmt überhaupt nicht, weil wir haben ja die Essen gesehen. Du wirst mich blinde und ich sende dich und dein Baby in den Kessel. Er lebt hier, aber er hat nicht nach Hause. Ich versuche es. Frühstücksteller. Der richtige Rieser. ийste Platz zählt, wo er zurückgeblieben ist. Er war hier letzte Nacht. Ich habe ihn nie so wunderschönen gesehen. Er ging raus in den Kessel und hat einige Sachen in ihn gelegt. Ich weiß nicht, was und wollte es wissen. Ich liebe ihn. Oh. Gefundene Diplomaten-Kensagen. Sie weiß also nichts davon. Müsste sie ja eigentlich wissen, oder hat sie doch gesagt, ne? Ja. Anzweifeln? Ich weiß nicht. Hm. Ja. Ja. Dann müssen wir uns beeilen. Ich glaube hier zur Tür 2 kommen wir auch nicht rein. Gibt's auch nichts? Wenn wirklich so ein Bulle mal so laufen würde. Also ernsthaft, weißt du? Illegales Straßenrennen. Start der Straßenrennen von KPL und seinen Freunden. So, die Melodie geht an. Wir müssen uns schnell beeilen. Das ist ein Mann, der sich für die Menschenkartig zu kommen. Das ist ein Mann. Die Menschenkartig sind nicht immer zu hauen und lieben. Immer noch ein bisschen ein Schicksal. Ein paar Leute kommen nicht mehr zurück. Hast du jetzt von Erfahrung? Weg mit. Kommt auf! Wie schnell als wir eine dieser Räser aufbauen, ein anderer springt auf irgendwoher. Die Kinder verbringten Fahrzeuge, um sie zu verkaufen. Jetzt wollen sie sie auf eine Lamp-Post. Der nächste 16 Jahre alt, muss ich auf der Seite schlafen? Du bist für mich. Ich habe genug von ihnen, um dir ein Leben zu dauern. Wir müssen jetzt noch ein Räpes-Consultage sein. Oh mein Gott. Die nächste links machen wir einfach mal. So, also ungefähr. Gleich rechts. Hier nicht. Die nächste rechts. So. So, illegalen Straßenrennen müssen wir uns bestimmt beeilen. Ich glaube, die können auch warten, aber... So. Also ich finde es super, dass man das dann zu... Dass dann der Partner sagt, wie das hingeht. Oh, okay. Ah, ach du Scheiße. Okay. schnell. Ne. Ne. 1247. Sie haben die Unterstützung zuerst in Santa Fe. Sie haben eine illegalen Straßenrenz. Sie haben die Strecke. Sie haben die Strecke. Sie sind weg. Sie sind weg. Sie haben die Strecke. Sie haben die Strecke. Ich glaube, der wird nicht so einfach. Der wurde... ... ... ... ... ... Da ist jetzt... Ach du Scheiße. Wo ist der hin? Hier. 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 Hier fährt er. So. Und dann hier rum. Eigentlich habe ich den ja gesehen. Ich weiß gar nicht warum ich das jetzt gesagt habe. Wir fahren da jetzt einfach mal so. Enough games, Phelps. Take this guy out. Oh, fuck. Step on it, Phelps. Take him out. Ich glaube, den kann man so nicht lieben. Boah, knapp. Woah, wo ist er? Ah, hier, hier. Oh, fuck, 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 fuck. Scheiße. Nein. Fuck. Ich bin hier hoch. Boah. Alter. Boah. Okay, wir haben jetzt jetzt total verfahren gerade. Gabriel Delgado. You're under arrest for Grand Theft Auto. Fuck you puto. You should speak to the maricon. Valdez, I showed him. Now who is a man? I should burn his fucking car. Grand Theft Auto. Hat er gemacht. 5. You got a foreign dignitary outed as a fruit and a kitty raper. A car dealer we're gonna let slide for the kickbacks. And a street punk car thief who sure as hell won't be taking liberties with other people's autos again anytime soon. That detective Phelps is not a bad haul. You keep your chin low and your hands high and you keep bringing me clearances just like that one. That's textbook policing and we need more of it in this department. 1050 рублей 1150 рублей 1150 I don't know, but they are already still here. 1150 1150 1150 1150 Null Dollar, haben wir gut gemacht und 523 Sachschaden. Der argentinische Generalkonsul Juan Valdez bekommt sein Bagat fast ohne Kratzer zurück. Fast ohne Kratzer. Ich treffe sie an der Station an 6 Uhr. Gut für Sie, Jack. Sie sind süß? Sie sind meine Schwestern, Hank. Attention! Final Inspektion vor Liberty. Good job, Kelso. Wir gehen irgendwo hin, Schäuble? Full Inspektion. Es wäre gut, wenn jeder von Ihnen wünscht Liberty dieses Weekend. Kelso. Das Carbine. Das Bord ist schrecklich. Nein, es ist nicht. Sie sind mit mir, Kelso? Doe was Sie müssen, Sergeant. Sie wissen, das Bord ist immaculat. Weekend Liberty canceled. Two-day-filled drill. Man. Clean this rifle. No. Do you know the penalty for insubordination, Kelso? Jack, don't do it. Forget him, Hank. He doesn't have what it takes. Are you two finished? Are you going to clean this rifle? No, Sergeant. Cole ist richtig. Ich werde mich nicht mehr spielen, und ein Riffel-Kumpan und kämpfen die Realität. Das sind ja alles die, unsere Kollegen, die dann damals mit im, eine himmlische Ehe mit im Krieg waren. Oh, fuck. All right, gentlemen. I just got this handed to me, a hit-and-run felony at Ray's Café, 208 North Los Angeles. Got a patrolman on site, the coroner's on his way. Get down there, see if you can find any witnesses, you can put a make on the car. Machen wir. Und das ist jetzt wirklich unser erster... ...auf freigeschaltene Jahrhunde. Gelatene Fälle kann unter Fälle im Hauptmenü zugegriffen werden. Okay. So, okay, wir... Das ist jetzt wirklich unser erster Mut, oder was? Also, der wurde ja umgefahren. Und das sah in dieser Vorblende schon ziemlich nach Mut aus. Looks like the D.A. ist gonna press charges. Anna Rodriguez might do time. I'll speak to the D.A. She suffered enough. I don't know, Cole. She's an easy make, and the D.A. likes conviction. I'll convince him to let it go. How do you do that? I'll give him something better. Waze Café, 4.27 Uhr PM. Äh, am Morgen, meinte ich. AM. Hm. Haben die Leute etwas mehr gesehen als... Erektives, over here. Cole Phelps, Traffic. What have we got? Thick as a white male, named Lester Patterson. Walked out of the bar and into the street. Car hit over there, and he ended up here. Dead on impact by the look of it. Have you canvassed the area? The only one with anything useful to contribute is the young lady over there. She lives above the bar, named Shannon Perry. No, it's not a stage name. 24 years old, she left Kansas to follow the Yellow Brick Road. Is that so? We'll take a formal statement later. Right now we're gonna take a look around. Phelps? You should take a look at the body. Poor guy didn't stand a chance. I ended on his face and ended up here. Carmus struck him from behind. Boah. Und wie das noch so knackt, weißt du? Mach mal auf, wenn du jetzt den Kopf bewegst. Ich sag mal, äh, ich bin mal kurz leise. Das knackt da so leicht. So, hier gibt's also auch nicht so viel. Überall Blut und Wunden. Der Jackentasche. Etwas Geld. Das lassen wir aber mal lieber drin. Ist ja nicht so viel. Führerschein Lester Pattinson. Wonder Hope Street. Weiß, männlich. 36 Jahre. 1,73. Braune Augen. Schwarze Haare. Äh, braune Haare. Also, das kennen wir, haben wir ja schon gesehen, grad. So, ist hier noch was drin? Oh, ja. California Feuer. And live. Sehr geehrter Mr. Pattinson, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, das erhalten haben. Alter, das geht so schnell. Lebensversicherung wöchentlich. 370. Standard Police Veteranenversorgung. So, könnt ihr alles durchlesen. Hier, äh, könnt ihr ja anhalten. Pattinson hat Lebensversicherung. Hm. So, also, könnt ihr ja alles durchlesen, aber das geht einfach viel zu schnell. Ich kann das nur, in, insgeheim vorlesen, weil wenn ich dann noch selber, dazu, also, rede und lese und, äh, also, laut vorlesen, ne, dann ist das, äh, dauert das immer etwas länger und, äh, ja, so kann man das schneller überfliegen. So, hier gab's nichts. Was hast du auf der Begründung bekommen? Von allen Informationen, er war in der Zeit des Erkrankten. Ich weiß, wie in der Zeit des Erkrankten war, wenn ich die Autopse gemacht habe. Schaut ihn jetzt nach oben, würde ich sagen, dass er auf der Erkrankte sterb. Was ist das für den Knochen? Ist das nicht konsistent? Sehr common in Autoskrankten. Schau mal ein Auto mit einem prominenten Hüttenortiment. Diese Dinge sind Körner. Hm. Eine ganz schön lange Blutspur. Boah. Alter Schwede. So, hier hatten wir die Leiche gehabt. Na. Hier vibriert's doch gerade am Controller. Oh, ein schöner Hut. Ist da etwa nicht relevant? Dann lassen wir den Hut einfach mal Hut sein. In der Hut, ja. Das Blut ist ein langer Weg vom Körper. Die Auto hat sich wie ein Böck aus der Hölle gegangen. Hm. So, der Fahrer konnte noch bremsen und hat ihn dann mitgenommen. Das ist alles dein, Detective. So, das hatten wir schon gesehen. Ich glaube, hier gibt's nicht ganz so viel. Hier wird auch noch was gesucht. Ich glaube, das ist aber nicht so relevant. Ich glaube, ich glaube, das ist kein Vorteil für uns. Meinst du nicht? Das sagt mir nichts. Auch nicht. Oh, was ist das denn? Alter, das ist rein zufällig, dass ich gerade hierher, äh, hierher gegangen bin. Hm. Ein Knife, mit Blut. Könnte ein Steakknife. Das ist ein Hitt-and-Run-Kase, Phelps. Jemand könnte einen Kuchenkopf wegziehen. In any case, wir wollen Tech-Services, die die Alleyway schrauben, bevor sie das Knife schrauben. Hm, war das was Spezielles, oder? Hier ist noch eine weiße Flasche. Das ist nicht ganz so wichtig, glaube ich. Hier sind wir auch aus dem Suchbereich raus. Okay. Haben wir einfach mal Summesser gefunden. Miss Perry? Ja? Ich bin Detective Phelps. Das ist mein Partner, Detective Bukowski. Aber die gute Frau, die befragen wir in der nächsten Folge von L.A. Noire. Und ich bin gespannt. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.